Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und das ist, das kann man auch hier sagen, wenn die Leute noch mal zurückgehen, wenn das wichtigste ist, wenn ich gefehle, ich bin doch gar nicht im Text. Aber gestern war ich zu schnell, heute will ich zu lang. Sie trägt nämlich dazu, da achten wir mal drauf, als rote Schuhe. Jede Frau hat einmal den zu roten Schuhen, die meisten tragen es aber nicht. Aber das Feuer, was im Herzen blüht und glimmt, das fängt bei den Furchtbarsten an. Ja, Edith, das hätten wir hier ganz. Das ist Edith, der war der Jans, der war der Leitwachsenwesen, der war der Leitwachsenwesen. Das erste, erste Ende, Frank Anneliese. Ja, jetzt sagt er noch nichts mehr. Ich stelle mal, ich verstehe euch nicht, ich stelle mal ganz nüchtern fest. Sie trägt ein hoher, hoheres Nachtpil, ja, was ist denn dabei? Ein weißes Schneeschee, ich kann das nicht hier aussprechen hoffentlich. Und beide, beide bebäische Pantoffen, ja, eine Kommunikation von Frank und Feuer, Glanz und Gloria. Und die Nacht, von der kann man nur träumen. Und das, liebe Männer, legt mit dem Auge. Danke, liebe Aline. Mach nur eine kleine Runde. Zeig, was du hast. Alles andere sind für uns. Guten Tag. Bitte. Ja, das ist aus Marokko eingekommen. Ein blauer Kaktan. Sie trägt dazu gelbe Schuhe. Das ist ja eine Union an Farben. Und das Ganze kommt original aus Marokko. Deswegen will ich keine Reisewerbung machen. Ich bin ja kein Unternehmer hier. Aber eine Rocke sehen und damit Rita durchbrennen. Das wäre doch mal gut. Also viele tragen die Kleider ja in der Hand. Aber sie trägt die Kleider am Körper. Das merkt man, dass das ein Unterschied ist. Also irgendwie doch. Die anderen. Ja, das ist ein blauer Kaktan. Ja, das ist ein blauer Kaktan. Das ist ein blauer Kaktan. Jetzt müssen wir, äh, vorhin, Waltrappat, bitte mal ganz hochstehen. Wir müssen Waltrapp jetzt mal von beiden Seiten beurteilen. Vorne ist sie bunt und unterbunt und munt und hinten ist sie schimmiglau. Ja, da kann ich jetzt nie alles verreden. Erst ins Karabins, erst ins Karabinsspiel. Und dann kehrt die Ruhe ein. Unter blauem Himmel. Unter blauen Hücken von Waltrapp. Und Waltrapp zeigt sie noch einmal live um die Achse zu gehen. Wir haben die Folgen referieren. Applaus für Waltrapp. Die blauen Kastanen mit Beja, mit aufbindender Stickerei. Und wie sie auch hierher schreitet. Das lässt schon ahnen, was im schwarzen Kontinenten im Nordafrikas. Wo? Ja, wo macht man das? Die sagt man gerne. Ja, wir sagen wir an den Schuss. Wer es besser kann, kann gerne mal rauskommen. Wir machen jetzt Sport im Wettbewerb. Aber das ist ja nicht nur alleine. Die Renate Elke macht ja auch den gleichen Sport. Schaut mal. Blauer Döckenanzug. Jetzt kann man natürlich Romantiker. Romantiker auf die Szene rufen. Damen beim Ballspiel. Was haben wir uns früher dabei vorgestellt? Damen im Ball. Es gibt ja von Rückenmalern gemähten Damen im Bade. Damen mit dem Ball. Nur früher hatten wir beim Ballspiel nur den Ball. Den Strixen. Schön. Ist der Jahr sportlich, sportlich. Jetzt die Schalke würde sich freuen, wenn man so nachvollzieht. Danke, was? Ja, noch einmal von beiden Seiten. Da ist ja vorne. Und jetzt noch mal den Ballspiel nach vorne. Und das sind auch noch, das sind auch noch, ich würde es mal umschreiben, äh, Rosenfreundin, sagt man wohl irgendwie. Man sieht zwar, doch, ja, aber... Ich muss mich doch ein bisschen... Sie trägt ein warmes, rosa Nachthemd, dazu einen kuscheligen Bademantel. Und dazu auffallend traumhafte Fantoffeln. Und jetzt mach mal eine Korrela-Probe. Und zeig mal alles, was du kriegst. Wir möchten jedes Stück einzeln sehen. Ja, das ist schon... Man ahnt, man ahnt, da kann man gleich nur ahnen, kann man eben zu sagen. Da muss die Fantasie auf freien Lauf haben, bei dieser Anmut in Bewegung. Obwohl, ja, und wir haben die Heizung eingeführt, dann ist die Anwesung. Ameliefe, wie tut es hier, geht es sportlich lang mit dem Badebandel, ja, schau mal da, wenn ihr sauber geht, bevor der Badebandel fällt, naja, ihr wüsst ja. Ameliefe, das war ein Auftritt. Und jetzt noch einmal eine Kette runter, damit alle, dass ihr in Nähe sehen könnt, hervorragend, das ist, das fällt uns. Der Badebandelauf kriegt dazu eine helle Hose. Man wahrtet die Kombination, wie, wie der schmitte, wie schmank, wie das alles schmackt, das ist doch ein Erlebnis, ein solches Modell auch am Körperhaut zu nehmen, angezogen. Da sind die Formen und Farben am feinen Lauf gelassen. Jeder kann sich dabei denken, was er möchte, aber sie weiß, dass du tragen und zu werden. Wir gehen gleich dazu. Da ist Hose drauf, dass der Träger sich dessen wusste, wenn er auf der Haut hat. Ja, das ist eben bald raus. Und jetzt mal ein kleines Erstaatsmacht für die Männer. Wir gehen da auch von allen, da ist die Zeit, die einen Applaus jetzt entgegen dem Kreuz. Ja, Beratergespräche sind ja auch gefühlt sein. Ich darf das mal kurz beschreiben, was sie dort anhat. Ein schwarz-bunt gemustertes Oberteil, schwarz-bunt gemustert. Was passt besser zu sein, ist das schwarzer Untergrund. Es muss sie immer weiß im Bild sein. Dazu hat er eine dunkle Hose aus feinem Wollstoff. Das kann man aus der Fernseher schon sehen, aber ich sehe, das ist so fein, das man ihn kaum erkennen kann. Und schwarze Schuhe. Nein, Schuhe. Ja, wir haben das mal geändert. Es waren mal schwarze, wenn man die länger trägt, werden die grau. Das ist genau wie mit schwarzen Haaren. Wie mit schwarzen Haaren. Da werden wir damit im Weg gleich wieder aufgefangen. Rita bewegt sich mit einem schwarz-bunt gemustertes Oberteil in ihrer guten Hose. Keine Wollstoff. Und in grau geworden schon. Elegant und sportlich. Longbluse und dazu eine blaue, schön gemusterte Hose. Und jetzt, sage ich mal nichts mehr, bewegt die Barschmann. Da bin ich sprachlos. Und das hier, liebe Leute, das trifft. Und der lieben Dach. Wir werden die Mondenschrauben morgen Abend um 22 Uhr wiederholen. Dann sind nicht so viele hier. Ja, Lydia, ganz toll. Der Applaus für alle, die Weiterhandlungen und die Dienste. Alles abgestimmt auf die Tour und Größe und Bewegung. Und auch das ist ein Produkt, was wir in der Kleiderstube anbieten können. Wenn ihr nachher runter geht, könnt ihr das Beißen, was ihr nehmt. Das ist jetzt häufig getrimmt. Das heißt, der Schleier der Nacht ist verschwunden. Und jetzt trägt die sportlich weiße Hose eng anbiegender Körper mit einem schwarz-weißen Kulli. Ja, und da lässt sich das Geburt befunden, aber ja, lässt sich nur noch ein bisschen schauen, wie Schick man sich hier auf der Kleiderstube ankleiden kann. Deswegen heißt der Kleiderstube, nicht Klamotten, Kleider. Er kleidet sich an. In der Kleiderstube. So müsste das natürlich sein. Mit meiner Lina Stohler, das ist der Höhekurse. Ja, da bleibt jetzt in der Höhekurse. Eine ganze Kamerung bewegen. Wo war es das auslösen? Was ist das? Und die Schlaufe hinten. Ganz hinten ist die Schlaufe. Was juckt es einen kleinen Finger? Ich muss ja immer sagen, ich sag's mir lieber nicht. Erika, eine Ehrenwunde. Schaut euch, Erika. Schwarz und wieder. Das ist ein Farb von mir. Applaus für euch. Applaus, Erika. Wie gesagt, wenn ihr Fragen sind, ihr seid bereit, die zu klären, wir bieten auch heute, unser Angebot, den zu lernen. Also, weiße, was da tut, das römische Haar. Wie, welche Kombination so schön, ein rötliches Haar, ein türkisfarben, Kleidintern, die hohen, schwarzen Absätze. Da kann man nun Schlamm geraten, dieser, das fällt schon vor. Du kannst das tragen. Und du trägst es auch. Mein Gott, ja, ist das interessant. Das ist nämlich sehr, ich sage, junge Mädchen heute, die wir zurückbeten, auf die Eleganzen. das ist alles. Man muss ja nicht immer nur Jeans anziehen. Es kann auch mal so laufen. Das ist doch passend. Das passt doch zum anderen. Da kann man nur begeistert sagen, Dankeschön, wie gesagt. Das ist eine ganz uns hierher, deine Kleider. Komplett. In schwarz, mit weißen Streifen und dazu eine weiße Hose. Wer schwarz-weiß essen kennt, weiß, wenn ich meine, schwarz und weiß, das passt zusammen. Schwarz und weiß ist auch bunt und farbig. Eben nur schwarz und weiß. Da kann man all jeden Schmuck zu tragen. Siehst du oben und behauptet mit dem Heistig, da passt jeden Brillant-Schmuck, Gold, Silber, das passt alles. Das macht das Kleid ja so preiswert. Wenn der Mann es bezahlt hat, dann fängt das ja erst an. Hier fehlt nur ein Kettchen, sagt sie dann. Und dann rollen die Euro. Dann rollen die. Jawohl, das ist ja wunderbar. Mal drauf. Zeig dir noch mal. Zeig dein Schmuck. Nee, lass jetzt auch. Jetzt kommen die Erika. Die weißen Bluse, einen hellblauen Pullover, eine beigen Hose. Das ist eine Kombination, die eine Leganz und Dezent nicht so wünschlich hat. Das Blau, das Weiß und Beige. Das ist doch hervorragend. Du hast ja auch noch Spaß. Also besser kann man hier nicht einkaufen. Das trinkt ihr bei Karte stattdessen. Das trinkt ihr hier in der Meindesentwicklung, in der Kleiderstuhl. Dann musst du aber kurz nichts mehr. Bitte? Man versteht ihr nichts mehr. Ich verstehe mich nicht mehr. Ich sage es noch mal. In der richtigen Länge der Jeansrock, eine Jeansjacke, die gepüttert ist, da wird ein Blauweilishirt und eine Jeanstasche. Denn man kann ja weder kraftvoll machen. Jeanstaschen kann man als alten Jeansrotten selber sehen. Das ist der Effekt dabei. Man kauft sie sozusagen Taschenabdauer mit den Jeans. Den Jeansstippeln aus. Applaus für alle Damen. In einer grauen Hose, Jeans, schwarzer Bläser, schwarzer Bläser, graue Hose, weiße Shirt. Schwarz, grau, weiß, so ähnlich wie eben bei der Waldraut. Mit dem Elegant, ein Stück, mit dem Hals und auch der Liederfarbe Schal. Passt ja sehr gut. Bitte? Brot. Brot. Brot von mir aus. Ja, ich hab meine Bratwurst verkauft, ich hab eben nur Bratwurst verkauft, ich will noch Fettfängen dran gemacht. Ich bin weh, das ist nicht so richtig. Ja, Renate, das trägst du auch in der Elegant und deine Bewegung, hast du gerade höchst, genau in die Jacke, in die Hose, in das weiße Shirt, mit dem röten, langen Schal, der natürlich auch für alle möglichen Warnzeichen setzen kann und auch zum Ausbringen kann, wie fröhliche und gut gelaunt, wie Renate heute ist. Renate dreht noch eine kleine, bescheidene Runde und wir verabschieden auch Renate bei ihrem dritten Auftritt hier mit einem Applaus. Es sind dunkle Hülse und einen dicken Wollschal. Und wir haben hier schon 24 Grad in dem Haule und sie wird leicht zerfließen. Deswegen zieht ihr schon mal ein bisschen aus und lüftet das Ganze, denn man kann die Temperatur auch anders. Siehst du, das kann man, und dann ist der Schmuck, der eben zu dem, der tut mir eben fast, sie hat eben so einen Schmuck, den kauft sie auch morgen bestimmt und der Geist guckt das andere Teil noch. Sehr schön, ja, sieht auch wunderbar, das ist der Warn. Der Gürtel, die Hose. Man kann auch in Eis und Schnee immer noch elegant aussehen und einem der, der eigentlich beeindruckt, der Betrachter war uns ganz klar. Das ist der Warn. Graue, beige, chemische Winterjacke, Fischgrätoptik. Ja, das ist doch was ganz Neues. Aber keine Schuppen dabei, das ist natürlich schön, Eine weiße Strickmütze dazu, ein roter Schal und die roten Handschuhe. Ja, da kann man natürlich ein Gewicht draus machen. Die roten Handschuhe kommt vom Herzen, was weiß ich, was man da alles so machen kann. Man müsste zwei Tage, darüber nachzudenken, wann soll jetzt komplett aus Jacke, Hose und Schal. Und wie weiß ich, und wird es nicht zu vergessen, der, wenn Schnee fällt, fällt das gar nicht auf. Das war ihr gesagt. Jetzt kommt wieder unsere liebe Anneliese, glaube ich, und der 25.000 Ansicht, die könnte ja auch kaufen. Es gibt doch nicht nur das, was wir gezeigt haben, das ist nur ein Bruchteil des Bestandes. Es gibt doch Schuhe, klar, der Röntgen ist, es gibt alles mögliche. Hed mal runter heute, schaut euch um, und wir haben noch Öffnungszeiten im Monat, die stehen ja auch dran. Die haben ich nicht gelernt, wann ich es denn nie brauche. Ich habe eine rohe Jakob-Bastöcke, und dann brauche ich es. Männer sind ja bescheiden, wie bekannt ist. Und im Winter zieht er zwei Versorgungen. Ach, da sind alle, die sind ja, hast du mich einig, die sind ja, das ist ja klar. Annel trägt ein Mantel im Tigermuster. Sehr aufhörig. Das ist der Tiger Rock die 60er Jahre. Bill Haley, Tiger Rock. Und dann hat sie im Winter den Fels, und dann drunter natürlich schon gleich den Frühling wieder. Wer macht denn das? Man zieht den Winter aus und zeigt möglichst viel, was man so sehen kann. Hervorunder Applaus, da runter das enges, schwarzes Kleid, das sieht man ja, sehr eng, Sie haben es gut formbetont. Charlie, fast ist der, Millimeter, genau passt es, haben wir halt das nicht ändern müssen, es passt so schon. Annel, für deinen Gang, für deinen Auftritt in diesem herrlichen Ausstand aus Mantel und gleich im Tigermuster-Spaß. Herzlichen Dank. Annel, die sind raus. Sehr dankbar, Applaus für Anneliese. Und jetzt steht Rauke zur Retour. Elke, Elke ist falsch aufwürst. Elke, rote Hose, weißer, ein gelber, fuller, völlig neue Farbkombination, grün und gelb, das passt nämlich auch zusammen. Grün und gelb und dazu die Pelzjacke besonders modisch mit Lederärmung. Lederärmung, die Pelzjacke, die schützen eine rote Stressjacke, also gelb und rote Beige, man sagt immer, rot und das passt, das passt, wenn es getragen wird, passend einfach. Das muss zum Typ passen, man muss sehr jeden, der trägt, der würde es tragen können. Und das finde ich ja toll, hervorragend, dass es diese gelbe Schone rauskommt aus dem braunen Pelz, die beigische, gegrüdische Hose und die rote Jacke im Wechsel passt natürlich nicht für der Hose, aber wenn man nichts mal wechseln will, sieht man jetzt an. Und das haben wir da für das Vorrang vorgetragen. Und Renate, der Applaus, der erste Applaus gehört jetzt dir. Und wenn du eine kleine Runde machst, hast du noch mehr Applaus zu ernten und wir können weiter machen. Applaus für Renate. Ja, das sind Kombinationen. Wir sind hier bei uns zu erzahlen. Renate. Ja, wunderbar. Ja. Das sind kurze Jeans mit langen Stiefeln, ein roter Shirt, eine rote Lederlack und darüber eine tolle Felsmütze. Felsmütze, Felsmütze. Ja, die Mütze ist handgestreckt. Die Wallmütze. Die Wallmütze. Die Wallmütze. Jawohl. 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 Wenigsteig Mütze. Jawohl, Mütze. Sie sagt doch gerne, jawohl. Ich hab mir jawohl, Mütze. Jawohl. Woll? Sieht ja, bis Faden sagt man das. Ja, zeig mal, was du so, wenn das die Kröpfe... Ja, also das... Weiter, weiter, weiter... Nein, ich mache... Im Winter wird sie das ja nicht machen, aber im Sommer trägt man sowas, ist ja der Hammer, der Stimme und Zwickmühle ist das jetzt, ne? Das könnte ich nicht mal ausziehen, weil es warm ist, aber es ist schon fast Winter, was... Da kommt nicht mehr aufzuregen. Lydia, eine Runde auf der Bühne. Und Applaus für Lydia. Ja, das ist die ganz reiche Jüngle, die es versteht, nicht nur eine... Mit einer schwarzen Winterjacke, mit schicker Stepperei, voll, vorne leifes Gestipp. Dazu hat sie Steppschuhe, da hat sie nicht. Die hat da die gesteppte Jacke und die kommt gleich wieder. Nach nur ein paar Drehungen war ein paar Rumpfen an den Seiten. Und Waltraud geht deshalb jetzt schon aus dem, in den Ausgang, und deshalb hat sie gleich wiederkommt. Sie muss sie eigentlich umknallen. Das dauert gleich zwei, drei Minuten. Oder hast du es so gedacht? Das haben sie im Krieg... Haben sie es doch anders gemacht, ne? Sie trägt nämlich auch einen Felsmantel dazu. Nicht dazu, stattdessen. Sie kann auch die Mode ändern. Sie stand mit einem langen Felsmantel tragen, der elegant gestritten ist, ja, der wirklich etwas fürs Auge darstellt und der einvermittelt fern und interne Beziehung. Eine warme Pflicht, ein warme Meintritt. Das wird einfach so gesagt. Wunderbar, war trotz. Hoffentlich wird es mal so kalt, zumindest einen Tag. Eine Farbe-Steppjacke, ja, das ist ganz morgens, ganz modern. Dazu eine helle Hose, auch das passt ausgezeichnet. Eine karierte Bluse in entsprechend braunen Farbtönen. Im Wechsel dazu, im Wechsel dazu, schauen wir mal weg, dann funktioniert das. Eine Lederjacke in Schwarz. Also, die Lederjacke in die Wechselung, schon wird dann ihr was ganz anderes. Nehmt eine schwarze Lederjacke, nimmt, dass die Farbe, die wenig konsensierte Farbe des Körpers, mit dem Karree und die Hose, das ist nicht wunderbar heraus. Das Siegband ganz klasse. Und auch das hat man hier auf Lagerstelle Kaufen. Eines kann ich ja in der Vorhinein verlegen, deswegen habe ich einen besonderen Applaus verlegen. Man kann es nicht nur tragen können, man muss es auch zeigen können. Das können ungemein alle die Bank, Sie alle können die Kärle ausgesucht haben, für sich aus. Was soll ich da noch sagen? Ein enges Kleid in Tigeroptik mit einem Schal und Spaghetti-Träger. Ja, mein Gott, Spaghetti-Träger sieht das fast, als wenn man da Nudeln drauf machen könnte. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, na, du kannst das, mach nur ein paar Wunden, sag mal gut. Ja, in die Hände, die Hüfte, das ist doch ein Augenweide, Leute, das müsste völlig mit einer Häusel geben, das können auch die Herren erzählen, das Tage, lange Wochen, das ist ein Genuss, der Schal umfiegt deinen Oberteil, sonst, dann kann man die Fantasie frei hinauflassen, liebe Leute, ich muss mich doch wieder mal zurücknehmen, denn wenn ich zu Hause ein Widerschreiben würde, ich denke, das wäre vielleicht so ein Roman, denn das könnte nur noch nicht bei dir, aber das ist auch so. Danke schön, lieber. Danke schön, lieber. Ja, ich bin ja unter Kontrolle, keine Sorge. Die Polizei ist nebenan. Ja, danke für die Hande jetzt. Wir sollen die Kläger zum besonderen Anlässen eine schwarze Jacke mit Stickerei, zeigt meine Stickerei, auf der Oberfläche sieht man das, vielleicht haben wir nach vorne die die Stickerei zeigen, auf der Oberfläche Stickerei, auch da sieht man das, ja, das ist richtig, dazu einen engen Rock, das ist auch hervorragend, der passt genau, auf und einem geischen Polik, der, die, die tragende Bruntenfarbe schwarze, was kann man daraus machen? Schwarz kann man mit allen Farben eigentlich kombinieren, die Frage ist, wo, wie die Fraktionskönigste da sind, wo die Stärken liegt, und natürlich, wie der Schmutz bleibt, wie die Form ist, das alles ist hier auf einen Punkt gebracht worden, schwarze und bäst und dann so eine echte Fernkönigste, allein für 30.000 Euro hat sie von den Brunten aus der, aus der Kiste genommen, aufs Erdstein genommen, das ist davor, da muss man Mut haben, wenn man eine hat, dann kann man was zeigen, nicht, Renate? Applaus, Renate! Jetzt kommt der Jugend auf den Tisch, aber wenn sie auf die nächste Feuer geht, dann kommt sie geht, da wirst du schießt, nein, sie trägt ein süßes Ballkleid mit einem orangefarbenen Jäckchen, das ist gedacht, mit Tanschton, aber ich sehe die schon Schlussballspiele, und die Jungs werden die einen verdrehen, nach dem Bild, das sie mit ihrer Kleidung allein tun, die Leute, die kleinen Jungs bei oben mit die Unfall mit, noch einmal diese, eine runde Training und dann eine senkrechte Achse, zeigt die Frau an, das ist die Jungen die klein ausgelust, tolle Farben, ein Fahrentracht, sprichst du dir, da fällt mir nichts rein, paar Runden bitte, einmal Runden, da hat die Aufsparnung, ne, da hat die Sparnung, oder? Das ist doch ein Bild, nicht gut, darf der Farbfernsehen haben, wird das, das werden wir alle mieten können, das ist vorragend, das war die Erden, diese, das Ganze ein bisschen früher und weniger geht, du kannst das verklagen, alle, mit schwarzer Stickerei, zeigt er mal von vorne, da, Sticker, gestickt, von Hand gestickt, mit wunderschönen Ornamenten, und dazu eine einfarbig-schwarze Hose, was natürlich hier auch die Farbgestaltung perfekt ergänzt und unterrauert, und das kann man tragen, im besonderen Anlässe, da sind die Silber, bitte? Zwei-Ein, da kann man mit einem für ihn warmes, die äußeren, aufziehen, ein bisschen Luft mitmachen, oder? Kann man Führung nehmen? Zwei-Ein, ach so, zwei-Ein, früher. Das heißt, da spart man eine Jacke, und das bringt er. Dann können Sie hier mit kleiner Führung, warte, für zehn Euro, es waren zwei Jacke, ne? Da musst du um wirtschaftlich denken, hier, vor allem. Bis zum Wiener, dieses Liederfarben, mit dem weißen Weinschein, da bleibt einem, die Sputte, da bleibt eine Spahn, und dann der goldene Sprung, und dieses charmante Lächeln, das gehört dazu. Zu jedem Kleid wird er ein entsprechendes Face, nicht recht gut Gesicht, ein Lächeln, freundlich auf, immer verlöscht, locker lächeln, das kann sich hervorragend sein. Das kann man sich nicht zu ganz nerven, wie Stahlseilung, Tramor bis zum Wiener, das ist es so wichtig. Bitte Applaus und das ist es so wichtig. Und das ist es so wichtig. Ich zeige Ihnen auch von allen Seiten den du hast nur gute. Applaus Also was ich gerade, ihr habt mir vorzunehmen, das hat mir vorzunehmen, das ist was ich gerade sagen wollte, war vorhin der Satz, Erika hat einen Traum in Blau zu sehen, hat einen weißen Stohler, wo hast du ihn gelassen? Aber wir müssen doch mal in der Redaktion schreiben, hätte sechsmal geantwortet. Aber es ist doch ein Traum, es ist doch ein Traum von Kleid, Erika und ein Traum. Hier können wir, das lässt mir noch ein Folgen, ich habe ein Folgen, zweitzeiler, eure Träume hier auf dem, von dem unten wirklich werden. Die Kleiderschule hat solche Sachen im Schrank bringen. Ihr müsst hier nur mal ansehen. Sie sieht da ein schwarzen Kleid mit Paletten am Oberteil, ich zeige das mal, da funkelt das alles echt. Das sind über 35.000 Karat, das müssen wir einfach bezahlen können. toll aussieht, sie dazu trägt ein pinkfarben Säckchen, also schwarz und pinkfarbe, besetzt mit Brillanten, ja, das hat doch etwas. Da muss man zwar lange gesparen, aber hat man es dann, dann zieht man es nie mehr aus, schlopft mir das. Das ist ganz einfache Rechnung. Aber sie beenden es mich schon wieder. Das ist Elke, sie weiß das auch zu tragen. Zu Hause sagt sie immer, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Das wäre es gewesen. Das ist wahrlich der Höhepunkt. Denn sie hat sich für heute Abend ein langes, blaues Abendkleid für eine gelbe Schampe ausgerübt. Applaus für die Ausgut. Ich bin mal frage, ich rufe, ich lasse mir jetzt nur noch Edithauss-Gürttel. Ich lasse es dir auch. Ich habe es mir mehrfach darauf hingewiesen und schließe damit meine Räder auf. Ihr könnt heute noch in der Wahlschule duftetucht, all solche schöne Sachen anprobieren und wenn es euch gefallen hat, kaufen. Jetzt übergebe ich mein Mikrofon an Ihnen. Bitte. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unserem Moderator, bei dem Jochen. Ich glaube, der hat das so gemacht. Dann ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie hier so gut ausgehalten haben und bei den Models applaudiert haben. Ich musste Ihnen mal erst alle unter einem Wut kriegen und dann klug das auch. Aber das geht nur mit Ihrem Applaus. Herzlichen Dank. Ich möchte jetzt gerne die Models noch mal alle auf die Rühne bischen. Kommt hier bitte noch mal raus. Alle. Ich möchte jetzt noch mal raus. Ich möchte jetzt noch mal raus. Ich möchte jetzt noch mal raus. Danke. Ganz herzlich möchte ich mich auch bei Lydia bedanken, die sich heute noch mal in dieses Brautleid geschnitten hat. Vielen Dank.